so er hat er zu sagen Prozent ja wach und mehr wach Schiff wach sorry sorry es tut mir leid Schiffswache so heißt jetzt Schiffswach Schiff wach der Schiff wach genau Schiff wach es tut mir leid Schiffswache also wird Schiff Schiff wach ist also ein waches Schiff so bescheiden so und das wird er haben das buch man denn sie will ich trainieren wenn sie es erstmals trainieren er hat du im Boden klein drauf gefunden er holt so wie kann ich dir sagen Moment mal ich hab doch das doch schon dabei bitte genau ich bin aber noch mal mit ich kann auch Traumato mitnehmen ja gegen Spacer ja ich brauch zu Schneider noch deswegen kommt mein Volti wecky Volti wecky also mein Sonoko wecky äh warte was ist denn mit dem hier ne der ist schwach mitnehmen Trau wieso heißt der Traumato ach so ich dachte ich hab grad nur Traumato gelesen obwohl der glaube ich auch einen Namen hat und zwar hat der er hat Bauer fähre er vor Ort wo ich fände genau so auch in der Welt nicht drin nach auch in den Seher ja auch wo ich es ist übel zweitschlichen und dann ich habe auch ein Koppel dann drei Welle das war wir auch beim 5 er hat in der Löwürfel ab 13 naja so fertig ich auch fertig möchtest du den Wettkampf enden wo ist denn das Muggelbaum wir bewerten doch einfach lang und kündig sind dritter wurde Camper Trill Köln ich kann Schiffswache jetzt nicht einsetzen werden er das Tod sollte er auch dringend Pocopocenter aufsuchen den Erster du bist erster was kriegst du der Gewinner des Käfer-Tonniers ist mit einem Pinzio was bekommst du mit einer Punkt von 345 John gewinnt ersten Preis Sonnenstein ich hab einen Ewigstein bekommen keine Ahnung was jetzt der Unterschied ist was soll ich mit einem Sonnenstein vor allem der hatte 275 Punkte oder 350 Punkte bei dir der hatte mehr der hat 30 Punkte mehr gehabt als du jetzt hey Kackfisch entwickelt sich lol war war jetzt bin ich schneller auf welchem Level 30 ehrlich ja Kackfisch wird zu Imperator so der ist auch jetzt wieder geil Imperator so meine lieben Leute ach du Scheiße was ist denn ja jetzt kommt ein Igel Igeltyp da der geht erst mit 34 los oder so ich sehe das kommen ah ich weiß jetzt aber endlich wo ich diese scheiß äh am Mogelbock vorbeikomme nein weißt du nicht doch 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 mir ist gerade eingefallen wie denn irgendwas mit dem Blumenladen nein doch das war irgendwas Blumenladen ist falsch das war irgendwas mit dem Blumenladen aber ich bin auch ein bisschen musste in die erste Stadt da muss ich von links eine Mogelbock angehen ja was denn warum ist eigentlich mein Kackfisch weiblich davon sich das nicht aussuchen jetzt kann ich auch gut was ist was ist ein das ist ein auch weiblich Öl und Mönlich doch egal ein weibliches Kackfisch ist viel cooler sag mal nix ist da jetzt Mogelbaum ja fängst du den Mogelbaum klar komm wollen wir das auch noch als Challenge einführen also wollen wir das auch noch einführen ja okay aber nicht damit trainierst du damit oder ja ja wahrscheinlich ja das ist eigentlich Stein Pokémon ist gar nicht schlecht ne ja das werde ich auch ja 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 hast du schon ein Fahrrad? nein ich habe doch kein Fahrrad so hast du ein Fahrrad? nö ich hole es aber so leicht es mag die Schikikkanne da ist es Mogelbaum verdammt jetzt muss ich mich scheiße beeilen ja Leute ich muss mich richtig beeilen safe mit bloß verdammt verdammt das ist sehr schneller ja jetzt versuche ich noch ein Kopfnuss ich sterbe nicht ja gegen wen kennst du denn? Mogelbaum was? Superball was? nein der Pokus in das ist mein Scheiß unwichtig nein ich habe noch ein Superball nein nein dass der Untergrund von dem er gesprochen hat oh dammit wo ist das? da nicht ach weißt du gar nicht wo du da ist es bestimmt doch ich glaube da hier ist es oder? komm schon oh verdammt ich habe gleich keine Pokébälle mehr ja ich habe keine Pokébälle mehr das kann ja du bist gegen Mogelbaum und du hast keine Pokébälle ja doch aber ich habe einfach neu geladen ja dann würde ich mir erst mal welche kaufen geh also nochmal zurück in die Stadt willst du ja wohl gern aber in die erste genau da gibt es die coolen Pokébälle so jetzt aber Beutel Superball geh weg äh nein du hast mein Plätzchen tot was ist tot? ein Plätzchen Pinzi ja go dein Plätzchen ist tot tut mir leid für dein Plätzchen ein Superball habe ich noch nein so wir speichern gleich ja im Pokéball gefangen nein für Mogelbaum wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt Mogelbaum Imitation cool Mogelbaum verdammte Hacke da bunt vier den mussten drüben mit die gab's auch halb Turbo Träte oder und damit du rennen kann und der näher gibt es erst ab Obließe auf den doch probieren ob die nach vierten und so nahm mit feuerrot konnte er weiß nicht genau welches vorkommt ok leute es ist lustig jetzt richtig lustig das war auf bis zu Böse, ja du bist Böse so mein Lieber Jordan ja, Haferl war schade, ich wollte eigentlich gerade sagen Mogobar und im ersten den ersten Ball gefangen aber das ist doch nicht der erste Ball, verdammt hab ich am Fahrrad was? am Fahrrad hab ich schon seit 10 Minuten wo ist jetzt die Select-hafte? die Select hast du immer noch auf Backspace und ich hab Vogelbaum gefangen oh nice so, natürlich machen wir auch einen Spitznamen und da ich ja da der Name aber zu lange ist der liebe Spieler heißt Die Wurstis LP aber ich hoffe du bist damit einverstanden, dass ich dich nur Wurstis LP nenne also Wurstis LP Wurst 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 ja, mach was du mach was du willst mein Liebes schönes Ding hier Wurstis LP Wurstis LP Wurstis LP Wurstis LP Wurstis LP bitte sehr Wurstis LP wurstis LP Wurstis LP Wurstis LP und und somit jetzt können wir auch zur ersten Stadt wieder zurück das heißt jetzt können wir uns auch stärker besorgen ne? Na? Naja. Und weiter geht's. Boah, Fahrrad ist echt hammer schnell. Naja, eigentlich nicht, ne? Ja. Manche, das war Ironie. Ironie hab ich nicht verstanden, Entschuldigung. Ah, ja, wir haben sogar mal ein Elecktasse draufgefunden. Ach, scheiße, die brauchst du ja für das Fahrradfahren. diese Leckpaste die ist auf F.S. Schauen halt entfernen neun neun ganz trocken neun mir ist die auf Schiff ne Tabuloto nicht Schiff ne Tabuloto nicht Schiff ne Tabuloto echt? nein die ist mir bei mir auf Tabuloto Backspace ne bei Backspace ist bei mir Hyperspeed also ja das darfst du nicht benutzen ja ja da da irgendwo auf rechts irgendwo links äh linke Tastatur ist irgendwo Linkster Boomster ah nein ich muss nochmal zurück in den Start Mogelbomb vergessen so so